Moin moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge Sky Factory 3. So, ich habe gestern, oder nicht gestern, sondern in der Zwischenzeit, habe ich mal noch ein bisschen Electrical Steel rausgeholt. Das heißt, wir können hier den nächsten bauen. Und weswegen kann ich jetzt den nächsten... Achso, mir fehlt ein Pisten. Mir fehlt ein Pisten. Wie soll ich da nicht genügend Pisten gebaut? Was ist da denn los? Da fehlt mir jetzt... Ach nee, wir haben schon alle zusammen, ne? Mehr brauchen wir ja gar nicht. Oh, mehr brauchen wir gar nicht. Ich habe jetzt einen Pisten zu viel, aber ist egal. Dann können wir jetzt nämlich eine, ein Speed Upgrade, da vorne in den Kollegen reinchecken. Also die Mobfalle ist halt riesig, ne? Und die ist halt richtig gut, die Mutz da gebaut hat. Da kann jeder sagen, was er möchte. Aber die ist halt richtig gut und richtig groß. So, hier haben wir ja den internen Puffer nochmal. Ich glaube, mehr als 10. Oh, maximal sind 15. Alter, guck mal, wie viel jetzt hier reingeht und wie schnell vor allen Dingen. Und hier sind jetzt schon, ja, hier sind schon mal vier Loot Packs drinne. Das geht jetzt halt ja auch richtig ratzi-fatzi, beziehungsweise nicht vier Loot Packs, sondern drei Legendary Loot Packs sind jetzt drinne. Und da müsste ich jetzt eigentlich mal gucken, können wir die, können wir die wieder zurückschicken über das System, dass die wieder in das, in das System reinwandern? Ja, man kann da auch noch was bauen, dass da ein Loot Packer opener ist und so weiter und so fort. Damit man da auch schon die Sachen dann gleich alle sich angucken kann. Oh, wow. Was ist das? Okay, hier sind ein paar. Das war Mana-Stil, ne? Cool, Mana-Stil ist gut. Das war auch gut. Hier ist auch schon wieder Deer, es sind halt viele drinne. Oh, ein Wizzerskelet-School, das ist nice. Das ist wirklich gut. Ich habe jetzt fast, ich habe eine komplette Deer-Ausrüstung, jetzt nur eine Deer-Ausrüstung komplett. Cool. Wir müssen uns nur noch mal eine Platte bauen. Und hier ist auch, hier ist auch so ein Deer-Pferd gedöhnt. Das ist auch cool, das kann man halt in den Sack mit schmeißen und dann kriegst du, kriegst du da. Was ist das hier? Das will ich mal ausprobieren. Okay, das ist schon mal nichts, was da reinkommt. Was kann ich mit dir machen? Gar nichts. Und man kriegt dich aus. Man kriegt dich da raus. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen soll. Oder machen kann. Auf jeden Fall. Ja, es kommt erst mal auf Seite. Es kommt erst mal auf Seite, haben wir hier noch Platz drinne? Jetzt wollen wir nur noch Iron gucken, ja. Okay, wir haben hier noch ein kleidendes Plätzchen. Mal gucken, ist hier noch irgendwie anders, anderweitig Platz drinne? Oh, Electrical Steel ist hier reingegangen. Das ist interessant. Dann hatten wir da noch ein bisschen Platz für Electrical Steel. Was mal auf Helm kommt jetzt hier rein. Guck mal, eine Brustplatte hätte ich quasi schon. Dass wenn ich dann irgendwann mal, wenn ich dann mal irgendwas brauche, dann könnte ich mich da sogar den Wizzerskelettskull, den kann ich aber auch. Den könnte ich aber auch rein theoretisch, rein theoretisch, könnten wir den auch hier reinpacken, ne? In das System. Und dann, sobald da mal mehr kommt, haben wir dann davon welche. So, das läuft hier echt rasend schnell durch. Das läuft eigentlich auch ziemlich schnell. Und das hier ist auch gut dabei. Das könnte halt schneller laufen, ne? Das könnte halt schneller laufen. Ich nehme mal ein bisschen die Lootpacks raus. Versuch mal. Das ist halt super viel, was hier an Mobs drinne ist gerade. Das müssten wir echt mal, das müssten wir echt nochmal dingsen, ne? Nochmal weiterführen, das Ganze. So, zack, einmal hier hin. Dann haben wir nämlich hier gleich schon den nächsten, den nächsten Schwung, Legendary Lootpacks, dann schon wieder zwei da. Was kann eigentlich immer so rauskommen aus den Dingern? Oh, man kann auch, oh, man kann auch Epic Lootpacks herstellen. Oh, was kann da drinne sein? Oh, was kann, oh, kann man die noch höher craften? Ne, ach, gar nicht wahr. Epic ist unter Legendary, ne? Ja, genau, da haben wir das. Das heißt, das ist ja schon das Größte. Was kann da immer so drin sein? Ja, okay, hier ist ein, oh, der ist, das ist gut. Und nochmal Dia Boots. Das ist auch gut. Steht da irgendwas Gutes bei? Ne, aber der hier ist gut. Und der, das, oh, ich habe gerade so das Gefühl gehabt, als ob man den Maus nicht mitlaufen würde. Aber das Upgrade ist geil. Das können wir nämlich, das können wir nämlich mal hier reinstecken. Hier zum Beispiel. Und jetzt powert er hier nämlich richtig durch. Nice. Okay, Freunde. Ich muss mal ganz kurz gucken, was da Dreck wieder macht. Und was Dreck so passiert. Dreck technisch. Ach, guck mal, da ist noch eine Wind, äh, eine, eine Watermill. Stimmt. Und damit wir, damit wir die langsamer unseren Platz gebaut bekommen für unsere Segmental-Geschichten, ne? Und das Ganze, es ist fertig. Oh nice, es ist fertig. Sehr schön. Dann können wir das nämlich hier alles abbauen. Sippt das beiseite, das beiseite. Zack, einmal den, den Kasten weg. Den Kasten, es war doch fertig, ne? Nicht, dass ich jetzt abbaue und sage, es war fertig, aber war es gar nicht fertig, sondern nur Batterie alle oder so. Das wäre schlimm. Aber ich glaube, es ist tatsächlich fertig. Wir können mal hier hinten gucken. Wenn wir hier runter fliegen, dann müssten wir das eigentlich, ja, alles klar. Ja, das ist, das ist definitiv fertig. Das ist definitiv fertig. War ja auch schlimm gewesen, wenn, wenn ich jetzt irgendwie aus, ja, zu früh abgeschaltet hätte. Das wäre nicht gut. Das wäre überhaupt nicht gut. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt würde ich gerne das Ganze hier auch nochmal aufbauen. Und gegebenenfalls funktioniert das auch schon so. Ja, Saft ist noch drin. Das ist einfach, oh ja, das sieht gut aus, ne? Das ist auf jeden Fall eine gute Fläche hier. Das können wir so machen. Schmeißen wir da mal wieder Dirt oben drauf. Das wird jetzt natürlich lange dauern hier, ne? Bis das, bis das Ding fertig gebaut ist. Weil ich habe nicht so viel Dirt auf Lager. Gerade. Und ja, ich habe halt nicht so viel Dirt auf Lager gerade. Das heißt, das wird, das wird seine Zeit dauern, bis das Teil fertig ist. Und dann würde ich nämlich hier gerne ein Schmelzhaus hinbauen. Und dann kommt da vorne nochmal ein Siebehaus hin. Und da auch nochmal. Und dann können nämlich die drei Siebehäuser, drei? Ja genau, drei. Weil wir haben ja noch Sand, was durchgesiebt werden muss. Und wir haben dann auch noch das, welcher durchgesiebt werden muss. Und dann können alle drei Häuser haben dann in der Mitte zentral die Schmelzen stehen. Und da können die dann reinlaufen lassen, reinfließen lassen, alles. So ist der Plan. Wisst ihr, was wir jetzt nochmal machen können? Wir könnten eigentlich mal, wie sieht das hier eigentlich aus? Hier sieht das eigentlich auch ganz gut aus. Ich kann mal hier ein bisschen was reinlassen. Ich könnte hier tatsächlich, wir können mal das hier alles rausnehmen. Was da so drin ist. Da ist nichts mehr drin. Bis wir voll sind. Und das können wir mal hier drüben reinschmeißen. Einfach aus dem Grund, weil wir hier schon die ganze Anlage haben, dass uns das zusammengesteckt wird. So, das einmal komplett raus. Das war's. Da ist auch nichts mehr. Da kommt noch ein bisschen Iron raus. Und dann müssen wir tatsächlich anfangen, das ein bisschen alles aufzuschmelzen und so weiter. Weil so langsam... Oh, guck, ist voll. Ihr siehst, alles voll. Schmeißen wir es einmal hier rüber rein. Da kriegen wir das dann ja auch ganz schnell weg. Da unten wird es nämlich auch langsam voll. Ja, wir brauchen hier langsam das nächste Haus, das nächste Gebäude, die nächste Fabrikationsstufe. Das könnten wir aber auch teilweise eigentlich so machen, dass wir... Ja, wir können das auch folgendermaßen machen. Will ich das über Kisten laufen lassen, über eine große Kiste, damit ich ein Filter habe, wo ich einstellen kann, was alles reinfließen darf. Weil, guck mal, solche Geschichten wie jetzt hier Dias und so weiter, das muss ja nicht... Das muss eigentlich später auch alles ins Hauptsystem laufen, ne? Das ist eigentlich gar nicht so gut, dass das sich jetzt da drin sammelt. Das müssen wir später eh alles... Na gut, das können wir später alles in das Hauptsystem reinwandern lassen. Vielleicht geht das sogar Wireless. Ich muss mal überlegen. Ich glaube ja, ne? Pass mal auf, wir werden mal ein paar Dings bauen. Und zwar ein paar Segmentals. Das ist jetzt das Nächste, was wir eigentlich brauchen. Für die nächste Hausstufe sozusagen. Wie sieht es hier aus? Ich habe ein bisschen Electrical Steel. Das ist gut. Iron weiß ich gar nicht mehr, wie viel ich da jetzt noch habe. Vielleicht habe ich da gar nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssen da vielleicht erst mal was aufschmelzen wieder. Aber ein bisschen was sollte noch... Nö, ist gar nichts mehr. Bis auf das, was ich in der Tasche habe. Und das ist nicht viel. Was haben wir hier jetzt noch? Okay, ich brauche hier... Ich will Sackmels haben, ne? Sack, Sackmels, Sackmels. Okay, dafür brauche ich Iron definitiv. Okay, dann müssen wir... Dann müssen wir doch mal ein bisschen Iron aufschmelzen. Über die alte Smeltery sozusagen. Wir könnten das natürlich auch so machen. Wieso ist der letzte da hinten eigentlich nicht am Leuchten, wenn er arbeitet? Du arbeitest doch. Warum leuchtest du nicht? Stehe ich nicht. Immer muss ich wieder dazukommen, ne? Und immer muss ich da mal draufklicken, damit das hier alles wieder läuft. Schlimm. Okay, zack, das haben wir. Die laufen auch. Die laufen auch auf Hochtouren, ne? Ne, die laufen gar nicht. Weil gar keine Steine da sind. Der kommt gar nicht hinterher mit dem Prozessieren. Also mit dem Prozess. Aber es ist auch nicht so viel hier drin, ne? Das jetzt... Unbedingt da unten ist noch ganz viel drin, ne? Ja, ist das hier nicht auf Round Robin? Du musst doch auf Round Robin stehen, oder? Doch, du stehst auf Round Robin. Das heißt, ja gut, du kriegst aber nicht so viel, ne? Und da kommt gar nicht so viel hinterher, wie ich es mir gerne vorstelle. Da müssen wir dann gegebenenfalls... Ja, andererseits ist es ganz gut, wenn die mehr verbrauchen, als das der herstellen kann. Weil dann haben wir immer gut viel da. So, ich wollte gerne ein bisschen Iron einschmelzen. Und davon nehmen wir mal hier einen halben Stack mit. Oh leu, wie viel habe ich denn jetzt hier mitgenommen, ey? Zack, zack, das mal wieder weg. Zack und zack. Zack, das Beide ist einmal rüber. Und dann können wir das hier drüben in die Smeltry reinschmeißen. Insofern... Die nimmt gar nicht so viel an, wie ich hier gerne abgeben würde. Ja, stimmt, die haben wir... Ach, guck mal, was hier noch drin rumliegt, ey? Das können wir auch alles gleich mal rausnehmen. Was ist hier drin? Da ist auch noch ein bisschen Gedöns drin. Das kann auch raus. Dann kann der ganze Kram, der hier steht, einmal ganz kurz... Oder das heißt ganz kurz dauerhaft weg. Das brauchen wir hier nicht mehr. Das ist gar nicht mehr von Nöten. Das kann weg, die Kiste. Dann kann das Stromkabel weg. Und der Stromaparello ist angeschlossen. Und wartet darauf, dass es da weitergeht. Beziehungsweise, dass er gebraucht wird. Guck mal, wie viel ich hier... Wie viel Stuff ich hier noch in der Tasche habe wieder. Da ist auch noch Yellowride. Hierleurium. Zack, gibt das einmal nochmal wieder rein. Das können wir gleich mal ausschmelzen. Yellowride. Weil das können wir dann gleich in unsere... Da passen wir auf, da ist nichts drin. Das stellen wir mal auf den Furnace-Modus. Dann läuft das da nämlich. Das können wir nicht mehr ausschmelzen. Weil dann haben wir gleich wieder neue Blöcke. Okay, alles losgeworden, ne? Sehr schön. Hier ist noch Boom-Meal. So viel Zeugs. So viel Zeugs. So viele verschiedene Sachen auch. So viel verschiedenes Zeugs. So viel haben wir jetzt da drinne? Mit dem anderen. Zwei Blöcke. Okay, zwei Blöcke ist natürlich nicht so viel. Oh, da ist kein Auslass. Kein Auslass? Was soll das denn jetzt? Zack, einmal... Geben wir den Auslass? Ach so, da ist er. Ich habe das Ploppen dafür, dass er jetzt bei mir in die Tasche geploppt ist, nicht gehört. Ganz komisch. Okay, Boom-Meal haben wir jetzt hier noch. Boom-Meal-Block. Oder Boom-Block. Ein Knochen-Block. Kann ich hier irgendwas reinwerfen? Ne, ne? Hier ist alles voll in der Kiste, oder? Ja. Das ist mehr als voll. Aber wir können mal die Regenwürmer hier rausnehmen. Das sind nämlich ganz schön viele, die da drin sind. Dafür können wir mal das da reinschmeißen. Und den Boom-Meal-Block. Gibt es da noch irgendwas, was... Oh, die ist. Die sind hier drinnen. Okay, die können wir mal rausnehmen auf jeden Fall. Dafür kann das da rein. Das auch. Obwohl Iron... Ah, Iron kann ich noch gebrauchen. Guck mal, das Teil kann ich auch aufschmelzen. Da kommen auch ein paar... Da kommen auch ein paar Dings raus. Das weg. Vielleicht... Das hat auch noch seinen Platz. Silizium konnte ich auch noch unterbringen. Sehr schön. Dann können wir mal die Würmer... Die können wir mal hier einsortieren. Was habe ich jetzt noch rausgenommen? Ach so, ich habe nur... Aber warte mal, Kisten können auch da wieder rein. Ich habe irgendwas... Ah, ne, die Kisten hatte ich dabei gehabt, weil ich was abgebaut habe. Boah, das ist schon wieder ein Hin und Her hier, ne? Mal von dort nach dort rennen. Hier hin, da hin. Wahnsinn. So, da noch ein bisschen was rein. Guck mal, jetzt haben wir noch zwei Blöcke hier. Zack, zack. Und dann habe ich jetzt auch genug Iron zusammen für die Sackmels. Für die Sackmels... Die Deers kann ich mal da hinten reinwerfen wieder. Da, wo sie auch mehr oder weniger hingehören. Sind hier auch Deers drin? Ne. Ich erschrecke mich doch. Da sind auch ein paar Deers drin und auch Emeralds. Siehst du, dann kommt das da auch bald mit rüber. Laberproduktion ist auch mittlerweile sehr, sehr krass geworden. Was ist hier drin? Ach ja, da ist ein bisschen Sprit für den Reaktor drin. Ein paar Brennstäbe. Mein Blumenmäher hier. Oh, hier ist gar nicht angeschlossen hier, ne? Hat er noch genug zum Verbrennen? Ja, hat er. Wieso habe ich das denn nicht angeschlossen? Zack. Mal da rein. Aber der hat ja noch genug zum Verbrennen und ist auch voll. Also eigentlich müsste ich den mal einstellen, dass der immer sich automatisch an- und ausschaltet. Damit ich nicht zu viel verbrauche. Also zu viel Brennstäbe verbrauche. Aber andererseits ist mir das auch ziemlich egal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ob der, was der jetzt nun frisst oder nicht. Wir kriegen, wir sind hier eh ein bisschen Materialien, sind ein bisschen, ja, man kriegt hier sehr, sehr viele Materialien. Sagen wir es mal so. Ähm, ich wollte jetzt die Signal herstellen, ne? Dafür brauchen wir den Kollegen erstmal. Dafür brauchen wir natürlich erstmal die Iron Gitter. Die haben wir Gott sei Dank hier noch drin. Habe ich hier noch, habe ich hier noch Cap? Ne, habe ich nicht. Denn müssen wir den auch herstellen. Dafür brauchen wir wieder Redstone. Insofern, ich das, das habe ich natürlich jetzt, das ist scheiße, dass ich kein einheitliches System habe. Das ist wirklich blöd. Guck mal, hier sind nämlich auch noch Dings drin. Hier sind noch die alten Leitungen, die ich vorher mal benutzt habe. Slabs sind, glaube ich, auch im System drüben drin. Stone habe ich auch in dem System. Okay, das ist echt mies, dass ich hier kein vernünftiges Lagersystem habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Beziehungsweise auch Sachen, Doppeltlager, beziehungsweise das halt nicht vernünftig lagere, sozusagen. Das ist alles nicht gut. Das müssen wir definitiv ändern. Vielleicht machen wir das sogar gleich in der nächsten Folge, bevor wir die Segment bauen, dass wir uns einen Refinance-Deutsch bauen und dann halt ein vernünftiges Lagersystem haben, wo wir alles reinknallen können. Dann können wir auch Auto-Crafting bauen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist der Fahrplan für die nächste Runde. Müssen wir eh haben für Environmental Tech. Ich glaube ja, für die Solarplatten, da brauchen wir auf jeden Fall Auto-Crafting. Gut, ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.